Die meisten von euch dürften wissen, dass Beats ja schon seit Jahren zu Apple gehört. Und auch wenn einige immer wieder glaubten, man würde jetzt die Marke dann irgendwann einstellen, so hat ein Apple doch jedes Mal wieder eines Besseren belehrt, denn es kamen neue Kopfhörer. Dieses Mal ganz frisch auf dem Markt die Beats Studio Buds, die tatsächlich ziemlich spannend sind. Denn im Gegensatz zu den eigentlich sonst so bekannten AirPods und AirPods Pro sind sie zwar auch aus dem Hause Apple, sind allerdings auch zum ersten Mal oder im Vergleich zu den beiden anderen eben für Android-User genauso gut nutzbar und kosten deutlich weniger, sollen aber genauso viel bieten wie zum Beispiel eben die Apple AirPods Pro. Und inwieweit sie das tatsächlich können, das werden wir uns einmal anschauen. Heute packen wir sie einmal aus, die Beats Studio Buds. Viel Spaß dabei! Und schon geht's los, herzlich willkommen! Ja, die Beats Studio Buds sind tatsächlich ganz spannend, denn ja, das sind Kopfhörer, die zwar von Beats kommen, aber natürlich von Apple gefertigt wurden, denn Beats gehört schon seit Jahren zu Apple. Und somit sind das tatsächlich auch Kopfhörer, die theoretisch von Apple entwickelt wurden und ja, insoweit also zu den eigenen AirPods durchaus eine hausinterne Konkurrenz darstellen können. Allerdings machen die hier einiges anders, was man so bisher auch von Beats Kopfhörern in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gewöhnt war. Denn während für die AirPods, ja, eigene Chipsätze entwickelt wurden, H1 und W1 und diese dann auch in Beats Kopfhörern, wie zum Beispiel eben hier den Beats Flex dann zu finden waren, ist das hier nicht so. Denn auch wenn diese Kopfhörer dann eben dieses Quick-Koppeln mit iOS-Geräten und so unterstützen, war das bisher eben ein Feature, das Android-Nutzern verwehrt blieb und somit waren also AirPods und AirPods Pro für Android-Nutzer oft nicht die beste Wahl. Das soll sich hier tatsächlich anders verhalten, denn, wie gesagt, es ist hier zumindest mal kein offiziell benannter Apple-Chip-Satz in diesen Kopfhörern verbaut. Das heißt, neben iPhones, die hiermit natürlich auch kompatibel sind, ist hier der Fokus auch definitiv auf Android-Telefone gelegt. Und, ja, das heißt auch unter anderem, dass es hierfür eine offizielle App gibt, die auch zum Beispiel so ein Quick-Connect unterstützen soll. Wir schauen uns das heute einfach mal ein bisschen genauer an und packen die neuen Beats Studio Buds mal aus. Doch bevor wir sie jetzt tatsächlich auspacken, nochmal ganz kurz ein kleiner Abriss zum Thema, was die jetzt kosten und wie das einzuordnen ist. Also, die Beats Studio Buds kosten UVP 150 Euro. Das ist verhältnismäßig günstig. Denn wenn man auch heute immer noch die AirPods, die normalen ohne Wireless-Charging-Case, bei Apple kauft in der zweiten Generation, dann kosten die nach wie vor 160 Euro. Die haben kein Noise-Canceling und kein Transparency-Modus. Und die AirPods Pro kosten 280 Euro. Also nochmal deutlich teurer. Und theoretisch sollen die hier, also viele der Funktionen, oder die beiden großen Funktionen, die eben die AirPods Pro auch mitbringen, sollen die hier auch können. Wie gesagt, für 150 Euro. Und damit sind die UVP zumindest mal die günstigsten. Der Markt sieht natürlich ein bisschen anders aus. Die normalen AirPods sind so irgendwas zwischen 130 und 140 Euro aktuell zu bekommen. Und die AirPods Pro für ganz knapp unter 200 Euro. Also insofern, ja, hier ist es immer noch ein 50 Euro Unterschied, wenn man eben nicht bei Apple kauft. Das nochmal kurz dazu. So, jetzt packen wir sie aus. Wie gesagt, was hier schon mal auffällt, ist unter anderem, dass das Case oder dass die Verpackung hier nicht ganz so hochwertig ist. Also bei Apple ist man das dann gewöhnt, auch bei den AirPods, dass es so relativ hochwertig ist und massives Pappe oder Pappmaché ist. Und hier ist es sozusagen ein bisschen dickeres Papier, aber jetzt irgendwie, also ist schon Karton, aber es ist nicht so hochwertig gemacht, wie jetzt bei normalen Apple-Produkten. Ja, ansonsten, ja, das gesamte Verpackungsdesign ist insgesamt relativ minimalistisch. Ihr seht das hier. Hier sind nochmal ein paar Funktionen erklärt. Hier steht auch nochmal, wie lange die dann also halten sollen mit Akkubetrieb. Und damit sind sie im Übrigen ziemlich genauso gut wie auch die Airports und Airports Pro. Hier also jetzt eher nichts Besonderes. Und ja, wie bei Apple gewöhnt, oft an vielen Stellen kann man hier das ohne Schere einmal wunderbar öffnen. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie das hier drinnen aufgebaut ist. Hier kann man an so einer Lasche ziehen. Dann kommt hier auch schon das halbe Case mit raus. Dann haben wir hier noch ein bisschen Klopapier. Das Aufladekabel und mehr ist dann auch nicht in der Verpackung. Ja, was bei dem Aufladekabel direkt auffällt? USB-C auf USB-C. Das ist erstmal insoweit bemerkenswert, dass ja sonst bei Apple-Produkten ja in der Regel auch eher auf Lightning gesetzt wird. Wobei das tatsächlich etwas ist, was die Beat Studio Flex hier auch schon haben. Das ist natürlich dann etwas inkonsistent, wenn trotzdem die eigenen Airpods dann immer noch Lightning haben. Aber gut, trotzdem auch natürlich hier der Hinweis. Also wenn ihr kein USB-A auf Typ-C Stecker habt oder generell noch kein Typ-C Gerät, dann wird das mit dem Aufladen schwer. Da braucht ihr entsprechend einen Ladedongle für. Und ansonsten werden wir hier drin noch die verschiedenen Aufsätze haben für die Kopfhörer. Jetzt habe ich hier direkt schon den ersten abgemacht. Genau, es gibt drei verschiedene Größen. Die mittleren sind montiert. Es gibt noch größere und noch kleinere. Und genau, und dann haben wir hier am Ende eben noch das Case selbst. Das befreie ich hier auch gerade einmal. Dafür gibt es hier dann auch eine entsprechende Lasche. Einer handt gar nicht so einfach. Und da sind sie auch schon. Und ja, das ist das Case. Und jetzt gucken wir gerade mal im Vergleich. Also es ist schon ein ganz klicken, klein bisschen, würde ich sagen, größer als das der Airpods Pro. Allerdings, ja, minimal. Und auch wenn man im Profil guckt, würde ich sagen, das ist durchaus in Ordnung. Vielleicht vom Volumen her etwas größer. Aber das geht noch. Es gibt da deutlich schlimmere und größere Sony, um mal ein Beispiel zu nennen. Und ja, dann klappen wir sie doch mal auf. Gucken mal rein. So sehen die aus. Nicht schlecht. Sieht ganz gut aus. Und hier unten geht jetzt auch schon direkt die LED an, dass sie jetzt bereit sind zum Koppeln, nehme ich an. Und ja, was bei Apple auch immer ganz schön ist, die Kopfhörer auch hier sind jetzt nicht nochmal irgendwie weiter verpackt, sondern die sind jetzt hier in dem Case schon so direkt drin. Es gibt dann einige, da muss man dann immer noch anfangen, da drin irgendwelche kleinen Plastikabdeckungen und so zu entfernen auf den Ladepunkten scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, und eine der Besonderheiten, ich hatte es bereits angesprochen, ist eben die Tatsache, dass die BeatStudio Buds im Gegensatz auch zu den AirPods deutlich besser kompatibel sein sollen mit Android-Telefon. Und ich habe jetzt hier schon die entsprechende App auch drauf, hatte sie allerdings noch nicht offen. Trotzdem kommt jetzt hier direkt, ja, die Meldung, dass man die Kopfhörer aufgeklappt hat. Ich habe jetzt also nichts weiter gemacht. Und ja, wir sehen auch hier, dass die jetzt direkt mit meinem Account, ich weiß nicht bei was, ob bei Apple, bei Beats, ob das das gleiche sein dürfte oder bei Google, das ist mir jetzt nicht klar. Aber alles klar, wer es auch immer, man drückt dann hier auf, ja, einrichten, Einrichtung starten, gucken wir mal, was passiert. Deine Beats auswählen, okay, machen wir nochmal. Das ist jetzt hier, glaube ich, nur so Tutorial, glaube ich mal weg. Und da sind sie schon verbunden tatsächlich. Er hat sie dann auch gleich umbenannt, wie man das bei den AirPods und iPhones auch gewöhnt ist. Ist also gleich hier dann BeatStudio Buds von Finn. Und wir sehen jetzt hier die gleiche Designsprache, wie auch eben bei den AirPods Pro auf dem iPhone, dass man hier also dann umschalten kann zwischen Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus. Das sieht von der Visualisierung her genauso aus wie bei Apple und den AirPods. Und ja, wir sehen jetzt hier oben einmal den Ladestand auf dem Case und der Kopfhörer. Und ja, so viel mehr Informationen und so viel mehr Möglichkeiten hat man dann nicht. Man kann hier dann noch einstellen, welche Funktionen eben durch die Knöpfe auf den Kopfhörern gewählt werden können. Ansonsten kann man die auch registrieren, aber das ist nicht so interessant und man kann sie umbenennen. Ja, so viel mehr kann man da auch nicht machen. Das heißt also, es ist ähnlich wie bei den AirPods und den iPhone, wie gesagt, dass man da dann eben auch die Möglichkeit hat, die umzubenennen und diese Einstellung zu treffen mit Noise Cancelling und der Bedienung. Aber abgesehen davon kann man hier dann eben auch in Sachen irgendwie in Richtung Equalizer etc. Das kann man hier auch alles nicht machen. Typische Geschichte bei Apple, das geht ja noch nicht mal bei den AirPods Max. Insofern, ja, das hier also keine Verwunderung. Trotzdem eben der Hinweis, das hier ist ein Android-Telefon. Das heißt also, diese Kompatibilitäten, die normalerweise in einem iPhone vorbehalten sind, die sind jetzt hier auch auf einem Android-Telefon möglich. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie gut die Kopfhörer tatsächlich sind, wie sie klingen, wie sie sich im Vergleich dann auch eben zu den hauseigenen Konkurrenten schlagen, dann schaut auf jeden Fall mal in den nächsten Tagen auf firstreview.de vorbei. Da werden wir einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen und ja, die Kopfhörer mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Bis dahin würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich gerne einen Daumen nach oben gebt. Habt ihr schon True Wireless Kopfhörer, wollt ihr euch neue oder andere anschaffen und wären es vielleicht die hier? Schreibt das gerne in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.